Hallo Leute, ja wir sind hier bei Mellrichstadt West, haben da ein Lagerhaus, was nicht verbunden ist mit diesem Abnehmer und das ist unser Problem. Da müssen wir uns in dieser Folge darum kümmern. Ich denke wir können daneben vielleicht noch ein Lagerhaus bauen, dafür müssen wir das eine Häuschen abreißen. Wird halt so sein und dann könnten wir schauen, dass da die Bäumstämme dann dahin kommen. Alles klar, nach oben gucken wir auf den großen Bildschirm. So, das heißt wir wollen Lagerhäuser haben, wir wollen ein, geht das große da hin? Ne, da sagt er schon mal nein, aber das kleine würde gehen. Ja, würde ich jetzt tatsächlich so da hin bauen, ne? Baumstämme und der müsste jetzt dann lagerlos die... was ist das? Ist auch nicht verbunden. Wieso ist das nicht verbunden? Hä? Das versteht jetzt keiner, oder? Warum nehmen die da nichts raus? Dann ist das doch nicht richtig, was ich gesagt habe, gedacht habe. Ist schrecklich, ja. Denke ich auch, ne? Die sind da verbunden. An diesem Gebäude ausgeben, steht da jetzt. Ja, weiß ich jetzt nicht. Das ist das. Die haben auf jeden Fall jetzt drei Holz. Annehmen und ausgeben geht. Okay, das passt. Da sind jetzt sieben drin, hier sind 58 drin. Also jetzt steht hier, von diesem Gebäude entnehmen. Geht. So, und jetzt steht hier, Melderichterstatt, da sind wir daneben geklickt. Immer noch drei im Lager. Das ist richtig, das ist richtig, das ist richtig, und das auch richtig. Aber ich weiß nicht, warum die Baumstämme nicht genommen werden. Im Lager sind nur drei, aber es werden noch ständig welche hierher geliefert. Hier sind 65 Hölzer. Da kommen schon die nächsten. Jetzt fährt er da hinten rum und lädt dann da raus. So, er entlädt jetzt hier. Gehe ich von aus. Also er hat entladen, die haben auch drei angenommen und zwei ja da. Das sind wahrscheinlich die, die da hin mussten. Hier sind auch noch drei reingeflossen. Aber warum gehen keine zurück? Weil diese müssten ja auch da rein hin können. An dieses Gebäude ausgeben, ja, das solltet ihr definitiv machen. 387, geliefert, fünf. Geld verdient, 2100. Jetzt steht wieder einer und der entlädt, ja. Jetzt kommen hier welche rein. Und hier, weiß ich nicht, da sind auch welche reingekommen. Fünf an der Zahl. Aber warum werden die nicht retour gemacht? Nachfrage war vorher null. Das war unser Problem wahrscheinlich. Ah, wahrscheinlich ist es so, dass die... Ja, das wird sein. Die wollten bis jetzt nichts haben. Der Bedarf war null. Die waren übersättigt oder irgendwie sowas vielleicht. Nachfrage pro Tag sind acht und im Lager haben sie hundert. Fünf und fünfzig. Wenn die Schließung, ja, da sind wir dran, ja. 70 Tage, das wird hier nicht geliefert. Doch, oder? Im Lager sind ja fünf. Und hier? Mörichstadt Nord, warte mal, das können wir zumachen. Das machen wir mal auch zu, der Baumarkt. Logistik ist klar. Verbundene Gebäude. Achso, wir haben das noch... Das Lager ist schon mal da hingestellt. Okay, auch sehr interessant. Aber ist auch noch in der Reichweite, dann ist das ja auch noch gut, ne? Das ist richtig. Und das ist auch richtig. So, Statistiken sind klar. Ne, die bräunen hier. Ich brauche die Linie hier. Fahrzeuge anzeigen. Auf der Linie ist niemand. Das ist schon mal schlecht. Und da brauchen wir Quader, Steinquader. Wo kriegen wir die weg? Produzieren wir die überhaupt? Ich glaube, die produzieren wir noch gar nicht, ne? Kann das sein? Wir machen hier nur diese Würfel. Ne, die machen wir hier auch. 115 Stück davon sind schon da. Aber hier wird nichts geladen, oder? Der Tals. Vielleicht sollte ich mal da welche auch laden. Ja. Machen wir mal zwei Anhänger davon voll. Da kommt jetzt ein Holzer und der ist mit Sand. Der Sand wird entladen, das ist okay. Der Zug müsste jetzt dann langsam voll werden, oder so. Aber warum wird der nicht beladen? Ach nee, das ist, das ist hier, das ist Kies. Und das sind, okay. Wo kommen denn die Quader weg, bitteschön. Da, oder? Ne, da kommt Kies weg. Okay. Und hier sind die Quader, die kommen direkt da raus. Wieso werden die nicht beladen? Okay. Okay. Wir machen erst das kleine Lagerhaus und machen die da rein. Und jetzt müssten auch welche reinkommen, obwohl da kein Zug steht. Und so ist es. Und der fährt jetzt raus. Und der fährt jetzt nach Birges. Okay. Und von Birges hier sind welche Leute unterwegs, Logistik? Wer bringt die da hin? Hier ist Birges Abzweig. Ich glaube, das war keine gute Idee, hier die Würfel hinzuschicken. Die werden hier gar nicht gebraucht. Das war der falsche Zug. Hier sehe ich keinen mit Würfel, äh, mit Barren. Das heißt, dieser Zug, der Details war hier, ist hier dann doch falsch. Und dann ist der schon richtig. Wir müssen den anderen Zug nur erwischen, der hier lang fährt. Wo ist der? Ah, der hat ja auch die Dinger. Der ist doch jetzt voll, oder? Warum fährt er da nicht? Ah, jetzt fährt er auch. Okay, der hat diese Teile. Die wird er hier in Heubach entladen. Und von Heubach müssen wir die dann da rüber fahren. Heubach-Abzweig. Logistik. Da liegen auch 20 drin, aber wir haben kein Fahrzeug, was da hinfährt. Kaufen wir. Das Fahrzeug. Kaufen wir. Müssen wir das auswählen. Und das muss hier herfahren. Halt hinzufügen. Diesen halt. Laden. Und Halt hinzufügen. Diesen halt. Entladen. Speichern als. Okay. Und Starten. Starten. Der fährt da jetzt raus. Garage ist leer. Wir lassen mal gerade schneller fahren. Gucken wir uns das an, ob das klappt. Da waren noch 70 Tage, oder was waren da, ne? Mal gucken, ob das reicht. Wer hat jetzt die Steine geholt. Stopp, der die falschen Steine geholt, ist ja wieder klar, ne? Der müsste jetzt aber drehen, oder? Auf ein neues. Wenn sie da die Kleinen geholt. Dann fährt so ein riesen Bogen nah. Müssen wir gleich gucken, wie wir das verkürzen können. Und da kommen jetzt welche an. Ja, da sind ja doch ein paar Linien drauf, aber das habe ich hier nicht gesehen, oder? Das ist Marystadt Nordwest daher. Das sind zwei. Okay. Kannst du mal entfernen. Das ist der, den ich jetzt gebaut habe, okay. Und hier sind noch drei Linien, ne? Und da sind zwei mit Stein drauf. So, Heubachabzweck ist da, und er wird doch beliefert, nur. Ich habe hier zwei Stationen, und das ist das Problem. Naja, lasse laufen, das ist erst mal gut. Die werden schon ihr Geld einfahren, denke ich. Weil das muss ja auch hier... Oh, 17 Tage nur noch verbleibend. Komm, dann spuren wir mal vor, gucken, ob die 17 Tage sich noch irgendwie ausgehen. Nachfrage sind 20. Jetzt hat er fünf gekriegt. Der andere kommt auch noch, sind sieben, sind vier. Gucken, ob die Schließung trotzdem noch kommt. Das wäre ärgerlich jetzt. Neun, acht Tage. Da kommt wieder ein LKW mit falschen Steinen. Ja, jetzt tue ich die falschen Steine, könnte es natürlich auch noch passiert sein, dass er gleich zugeht, ne? Stopp. Der hat aber die richtigen. Fünf Tage. Drei Tage. Da sind wieder keine da, ne? Einen Tag. Jetzt wird es verlängert. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Kommt da noch einer ins Lager, ja. Okay, es ist wohl gerade so ausgegangen, dass die Schließung weg ist. Weil da stand nur noch einen Tag, dann wird es geschlossen und es ist tatsächlich wohl so, dass es geklappt hat. Puh, das war knapp. Ah, der hat doch wieder die Barren drin, ne? Die Steinziegel, so heißen sie. Okay, Nachfrage ist 20, aber wir bringen ja immer welche hin. Ich glaube, das sollte erstmal gut sein. Okay, dann sind wir da schon mal gut unterwegs. Hier sieht es auch ziemlich rot aus. Ist das jetzt ja unser... Das ist ja gerade eben... Ne, das ist nicht das, das ist noch was anderes. Kommt denn hier Holz an? Übersicht, ja, es kommen zwei LKWs mit Holz hier an. Holz zu Mellrichstadt West. Ich glaube, da könnte noch ein LKW dann drauf, oder? Kaufen. Den. Und dann... Holz zu Mellrichstadt. West. Machen wir noch ein LKW drauf, oder? Jetzt nur die Frage, wo sie hinfahren, ne? Der ist klar und... Abzweig ist hier. Kommt denn hier Holz an? Da sind sechste drinnen, werden gerade entladen. Hier ist ein großes Lager halt, ne? Ich glaube, die Bretter sind jetzt hier schon über, oder was? Er fährt mit Brettern wieder zurück. Und macht da Baumstimme bitte drauf. Die brauchen wahrscheinlich mehr wie die Bretter, ne? So, aber eine Schließung ist da ja noch nicht dran, aber es ist halt schrecklich geladen. Schauen wir mal weiter. Gibt es denn irgendwo noch was, wo ich was sehe? Schließung betroffen. Hier sieht erstmal alles gut aus, ne? Hier nennt man auch noch ein Städtchen, ne? Auch hier. Aber... Durchschnittlich zu viel wahrscheinlich, daher das Lager ist voll. Naja, dann ist das erstmal so, kann ich auch nicht ändern. Über Geld haben wir denn 1,2 Millionen, okay. Hier unten sieht alles gut aus. Hier auch. Ich glaube, hier rechts hat man noch ein Städtchen, ne? Die kriegen wohl auch genug. Ah, da ist noch Kohle. Oh, ich glaube, 26 Tage, schaut mal nicht mehr hier hin. Ja, ich hab das Video hier geschnitten, weil es war dann doch zu lang, konnte ich 2 Folgen draus machen und hier haben wir jetzt halt das Ende der ersten Folge. In der zweiten Folge muss ich dann gucken, dass wir den Anfang dann auch irgendwie hinkriegen, ne? Ich sag mal recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch keine Ohren habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit wir das nächste Video hochladen. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao. Ciao.